Ja, Marius Gersbeck ist festgenommen worden im Trainingslager von Hertha BSC. Was passieren konnte, er saß noch gestern wohl in der Kneipe und wurde dann heute im Trainingslager in Gewahrsam genommen. Das überschattet natürlich auch das Training in Österreich im Zelt, am See, genau, ich glaube wieder am See in Österreich. Irgendwie sind sie alle in Österreich im Trainingslager, keine Ahnung, aber Hertha BSC trainiert dort jetzt. Wahrscheinlich trainieren da einige Fußballclubs oder waren da schon in Österreich wahrscheinlich am schönsten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Marius Gersbeck, der schon in seiner Kindheit bei den Ultras stand, in der Ostkurve bei Hertha BSC und schon als Kind Fan war, Fußballfan, festgenommen worden, in Gewahrsam genommen worden, was da genau passiert ist. Wir sind dran, das Thema ist sehr heiß, auf jeden Fall gebe ich jetzt erstmal zurück in die Redaktion und warte ab auf neue Instruktionen, wir bleiben dran. Vielen Dank.